Ich bin Michel Aschenbrenner. Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Thüringen näher Burg Wenden. Ich wohne derzeit in Erfurt und studiere dort, seitdem ich acht Jahre alt bin. Um genau zu sein, seit 2008. Bei P&S bin ich seit zwei Jahren. Ich würde mich selber als endschnellen Allrounder einschätzen, der in etwas welligeren Rennen auch mal aufs Podest gewinnen kann. Bisher würde ich sagen, der achte Platz bei Frankfurt-Eschborn im letzten Jahr. Ich denke, ich habe letztes Jahr gute Fortschritte gemacht. In diesem Jahr hoffe ich mir auch mal, meine eigenen Ziele erfüllen zu können, also mal ein größeres Rennen gewinnen. Aber weiterhin ist meine Aufgabe immer noch, den Leadern, also John und Dropsy, die Sprints anzufahren und so da helfen, wo ich kann. Ich bin ein witziger Typ, wenn ich mich in meiner Umgebung wohlfühle. Ich kann sehr viel reden, also im Groben und Ganzen ein sehr geselliger Typ. Ich bin ein witziger Typ. Ich bin ein witziger Typ. .... ... Vielen Dank.